Bayern-Online.de, Bayerns schönste Seite. Hallo liebe Bayern Online Zuschauer, wir nehmen Sie ab jetzt mit zu den schönsten Plätzen Bayreuths. Und der erste Teil unserer Serie startet hier im Herzen Bayreuths, am früheren Maulaffenplatz. Sie kennen es vielleicht eher unter Sternplatz. Hier starten ja auch schon unsere 360-Grad-Stadtpanoramen, einfach weil es das Herz der Innenstadt ist. Hier trifft man sich auf einen Kaffee oder auf ein Eis. Kleiner Tipp, da hinten ist einer der besten Eisdielen Bayreuths. Hier trifft man sich, um shoppen zu gehen oder kulturelle Events zu besuchen. Der Sternplatz ist einfach das Herz Bayreuths. Der Sternplatz ist übrigens ja auch Startpunkt für alle möglichen Stadtrundgänge oder auch für die Studenten unter uns. Die Erstsemester-Kneipentouren starten hier auch immer ganz gern. Ich kann Ihnen nur empfehlen, kommen Sie selber hierher, setzen Sie sich in eins der Cafés, beobachten die flanierenden Menschen und nehmen einfach nur das Bayreuther Flair in sich auf. bayern-online.de, Bayerns schönste Seite. 2 2 3 Untertitelung des ZDF, 2020